Für unser neues, schwammfinanziertes Crowdfunding-Projekt hier bei Startnext benötigen wir für eine 14-teile Plakataktion in Berlin für 1000 Stücke A1-Plakate, ausgeführt durch die Firma Kulturplakatierung Berlin GMPR, eine Gesamtsumme von 4.372,44 Euro. Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses Projekt unterstützen würden. Vom 17. bis zum 31. August haben wir bereits eine Serie mit 150 A1-Plakaten ausführen lassen, die man hier auf den Bildern sehen kann. In der jetzt angestrebten Serie werden jeweils mehrere Plakate nebeneinander. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vom 17.2 Vielen Dank.